es ist schon dran glauben er hat schon mehr Kacke wieder runter und direkt Pakt sich da hier fest Schatz Schatz so ist ein Schatz aber kommt schon gar nicht dran Abel Nein, da will ich doch gar nicht hin Ich will da Na toll Da kommt die Olle jetzt nicht hin Oh, Mann, Mann, Mann Ich traue mich jetzt auch nicht zu springen, irgendwie Weil die lässt sowieso wieder los, ich weiß das Wer weiß Die ist so doof Ich traue der nicht Ich vertraue der nicht Ja, der kann man auch nicht trauen So eine Scheiße, wo die manchmal zusammen Macht hier Geht gar nicht Oh, bitte, lass nicht los, ey Bitte Puh, war knapp Ja Aber irgendwie bringt mir das jetzt auch nicht viel Oh, das bringt rein gar nicht Ja, und jetzt? Jo, jetzt heißt es sterben Oder vielleicht kann ich abzahlen Ja, das geht nicht Ach, Leute, was soll denn der Dreck, Alter Ja, komm, verreckt Ja, alter Mann, wir hängen hier ewig lang hier in Thailand rum Und kommen einfach nicht weiter, ey Vollendisch So nerven auf Rhein-Bus-Gem Dann drehen wir es einfach mal in eine andere Richtung Genau, weil dann dürfte das eigentlich jetzt Und dürfte man da dran kommen Weil man muss es ja dann so rumschieben Versuch ist einfach wert Ja, probiert, aber einfach wenn nicht, dann, dann, dann Dann, dann Wird das letztlich hier enden Ja, ich hab' geworden, ein Beispiel Irgendwie werden es schon finden Herausbekommen Na, prima Und zwar auch nicht dran Ja, aber da, 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 da drauf Ah, cool, das auch Junge, was ist das? Ja, komm nicht dran Ja, Junge, hier ist kaputt, die kann ja nicht weiterschieben Was hat die denn hier verschieben? So sollst du dann die Rundeschiebe und dann die Schlucht fliegen oder auch Ja, zu dir ranziehen Sie, ich glaube, hier Nö, geht auch nicht So eine dumme Glück nur runter wieder Ja, dumm zum Kacken Oh Gott, ey Ja, Leute Ich komme nicht weiter Wir müssen es leider beenden Scheiße Ja, man muss irgendwie schauen, kann Und man muss selber irgendwie Videos anschauen Nö, offline einfach rum experimentieren Die ganze Zeit schauen noch keine Videos an Irgendwie müssen wir es auch schaffen, ey Mhm Okay Jetzt müsste ich irgendwie hier runter, genau Was ist, wenn ich da, ne, da verreck ich doch, oder? Ja, probier uns einfach Das dürfte eigentlich so klappen, ne? Ja, probier uns einfach Okay 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 Dann ist es am Ende angereicht, du, da, ne? Ja, 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 ja Ah, guck mal Jetzt müssen wir das nur noch Ein bisschen nach Das dürfte eigentlich reichen Denk Ich Offs Also auf jeden Fall haben wir da jetzt schon ziemlich Ja, gut Hat gereicht Ja Keine Videos schauen, nix Hätte ich sowieso nicht gemacht Vielleicht Ja Hätte wir es nicht herausgefunden, ey Ist ja scheiße gewesen hier Nö Jetzt kommen wir schon mal hier die ganze Armee Und Fledermäusen Von den Fledermäusen hier, wo uns den Sieg nicht gönnt Und ich bin nicht mehr Tor, wie es aussieht Ich frage mich, wie er sich wieder aufgeladen hat Hm Keine Kraft mehr So Was muss ich hier jetzt machen? Muss ich da jetzt da so rüberschwingen? Okay, so geht das nicht Äh Muss ich hier tauchen? Äh Hm? Traft man ja gar nicht durch Bin ich hier Ist hier ein Schatz, oder? Ja, es ist ein Schatz Was soll es denn sonst sein? Nein, es ist eine Eine Bestie aus der Unterwelt Ja, wer weiß, wer weiß Ja, äh Auch ne Dumme daran ist Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah Gut Schon gedacht Das wäre jetzt scheiße gewesen Ja, du musstest an der Wand halt entlang Äh, ne Was? Was, was, was? Das wäre entlangsleidend Geht gar nicht Oh, okay, gut Wow Ja Aber die Frage ist jetzt wie Hm, knapp Spielerei hier Alter, Teilen, Alter Schlimm, 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 ey Oh, okay, das Spiel, das war zur Wahl Zweiflung, ey So Oh, what the fuck Geh doch da rüber Bist du so akrobatisch, Mädel Kann ich dir ja auch gar nicht mehr da rüber Natürlich muss ich da rüber Da gibt's keinen anderen Ring Ja, aber was ist da drüben Da schaut zu Was ist da jetzt zu Was soll da zu sein Na, keine Ahnung Sonst weiß ich nicht, wo es lang geht Ich muss ja da irgendwie rüber, ey Kann man denn nicht irgendwo gucken, wie es da lang geht Oder irgendwas Oder ich muss wirklich tauchen, irgendwas Vielleicht ist hier irgendwo so ein unterirdischer Eingang oder sowas Ja Schon Kann doch sein Hm Aber es sieht nicht so aus, ob hier einer ist Oh Also ich denke schon, dass es da Langgehen muss, aber ich Stell mir wahrscheinlich gerade einfach bloß zu blöd an Weil hier auf der Seite gibt's nichts Weil guck, hier kannst du dann wieder klettern, irgendwas Boah, Junge Strapazier meine Nerven nicht Echt, das ist so Also, oder, le, le, klettern wir mal eine Reihe hoch Ja, was bringt das Ne, das geht schon irgendwie so, aber Oh, dann, dann macht die wieder kein Flitty wieder ihren Schwung, ey, das ist so schlimm Danke Yeah Geht doch Aber jetzt muss ich hier lang Oder nicht Ne, jetzt öffnet sich hier irgendwas Was hat sich da jetzt geöffnet? Ja Okay Ja, vielleicht unter Wasser, ja, da unter Wasser habt ihr was Irgendwas geöffnet Mhm Und jetzt kommen wir wieder raus Yeah Hoffentlich mal, es sei denn das irgendwo ein Gitter Dann müssen wir jämmerlich ertrinken Oh, das wär schade Sie sind so eine schöne Frau, ein Jung noch Genau Hallo, hi Yeah, unsere Hi ist wieder Komm Komm, ja Lock dich an Lock dich an Kommt er Ja Hab gedacht, ja Kann er uns kriegen Hm Na, nicht nur fertig mit dem Level Ja Jo Jo Gebracht, gar nichts Jo 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 und von ihm mit dem Verluxusdach wieder weiter Tschüss Thailand mal wieder sehen die Kroos und die Trophäe Silber Trophäe ein Trophäesammlung wird immer größer wie geil sein Stolz n als so vieles gegen die Trophäe was leeres und für die Leichtes und Schicksal immer leicht immer leicht die Städter und was soll man nehmen Sturmgewehrmaschinenpistole Hauptpulbetäubungswapf Scherzler bringen die Waffen nicht mit dem die Einsätze